Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute habe ich für euch eine Mega-Kollektion mit Paw Patrol. Wir haben insgesamt 8 tolle Schachteln, die wir der Reihe nach sehen werden. Dieser ist der größte Spielset. Es kommt mit dem Roboterhund und sein Fahrzeug. Lasst uns diese besser ansehen. Da haben wir Ryder. Wow, er trägt Brillen und hat eine tolle Frisur. Er kommt mit einem Skateboard. Schaut mal. Klasse. Das ist nicht alles. Es hat auch eine Mission-Po. Auf die Rückseite sehen wir, was man damit machen kann. Der Skateboard wandelt sich um und Ryder kann es auf seinen Rücken tragen. Jetzt sehen wir weiter. Das ist Zuma. Er hat eine neue Ausrüstung. Super. Uff, uff. Und das ist ein Boot. Er kann damit sowohl auf Wasser als auch auf Boden fahren. Und hat auch eine Mission-Karte. Sehen wir, was er machen muss. Schaut mal. Er rettet ein Wallfisch. Hurra. Und er hat es geschafft. Der nächste ist Marshall. Er hat auch eine neue Erscheinung. Es gefällt mir sehr. Und er trägt auch eine Kappe. Das ist ein Feuerwehrwagen. Brumm, brumm. Die Räden drehen sich auch. Und da ist die Mission-Karte. Wir können dafür den Mission-Papet kaufen. Und auf die Rückseite sehen wir Marshall in seinem Wagen. Und den Mission-Cruiser. Welche wir auch haben. Wer folgt weiter? Rocky. Uff, uff. Er trägt auch eine Kappe. Und ist mit Grün und Schwarz. Das ist sein Wagen. Sein Recycling-Wagen. Wow. Jetzt sehen wir die Mission-Karte an. Ich bin so neugierig. Die Kuh ist verschwunden. Und Rocky muss sie finden. Muuu. Die nächste ist Kai. Sie ist hübsch wie immer. Und sie ist mit rosa und schwarz. Uff, uff. Ich habe noch nicht gesagt, aber alle Figuren sind voll beweglich. Und das ist Kai's Cycle. Wow. Es hat vier Räder. Es wandelt sich auch um. Und Sky kann damit auch fliegen. Weiter haben wir Rabel. Uff, uff. Und sein Bergwerkfahrzeug. Mit dieser kann er Felsen zerschlagen. Wird dann meistens in die Mine benutzt. Jetzt sehen wir die Mission an. Oh, die arme Pinzessin ist fangen geblieben. Aber kein Thema. Rabel ist immer da. Hurra. Sie ist gerettet. Der vorletzte Set ist mit Chase. Der Polizei. Uff, uff. Und was für ein Fahrzeug hat er? Wow. Wie ein Scooter. Es hat drei Räder. Toll. Und dieser ist der letzte Set und der größte. Es kommt mit dem Roboterhund und mit seinem Fahrzeug. Wumm, wumm. Hier können wir alle Fahrzeuge reintun. Es gibt Platz für alle. Toll, nicht wahr? Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinem Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.